Hallo und herzlich willkommen bei Resident Evil Zero. Genau. Und ich mache jetzt erstmal die Einstellung dieses hier nicht so wirklich... Ja, warum gerade Resident Evil, weil... Moment, was ist das Original? Wie sieht das aus? Ne, Breitbild. Ja, und leider kriege ich das nicht so hin, wie ich es gerne haben will, weil ich habe irgendwie am PC halt dieses Fenster... Ja, das stört gerade, wenn ich ehrlich bin, das stört. Aber egal, ich gucke mir mal eben die Steuerung an. Das ist ja alles soweit. Ja, warum... Ja, ich dachte einfach, weil ich mag auch Resident Evil. Klar, im Moment... Es ist halt so, dass bei ich im Moment The Elder Scrolls Online und auch... ...Buchgalerie... Moment... Ah, okay, hier haben wir sogar Galerien, die wir dann halt auch wohl anscheinend freikriegen oder freigeschaltet bekommen. Ja... Auf jeden Fall... ...werden wir ein neues Spiel machen. Ich werde es erstmal auf einfach spielen, weil ich dieses Spiel Zero noch gar nicht kenne, obwohl ich habe damals Resident Evil 3 nur gespielt und bald kommt sogar das Remaster raus und ich freue mich so riesig drauf auf dieses neue Erweiter... ...auf dieses Remake von Resident Evil. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm und katastrophal wie... ...der vorherige. Aber wir werden jetzt erstmal einfach spielen, dann werde ich irgendwann auf normal spielen. auf jeden Fall... ...ja, herzlich willkommen... ...halt... ...Breitbild... ...nein, Breitbild... ...Orgizinal... ...Orgizinal, bitte... ...Untertitel ein, ja... ...ähm... ...ja, auf jeden Fall... ... bin ich jetzt erstmal ruhig. ... ...A Midwestern town in America... ...Raccoon City... ...A solitary island far off in the sea... ...Rockfort Island... ...an island that would become the second Raccoon City... ...Sheena Island... ...There are still many unanswered questions... ...about these seemingly unrelated, yet intensely traumatic events... ...Though it is believed that the international enterprise umbrella was somehow involved... ...little is known as to the origin of this faceless corporation... ...when was it established? ...by whom? ... 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 Ich glaube, damals war das, glaube ich, auf Playstation und ich weiß jetzt nur nicht, die Knöpfe. Achso, die geht auch nicht weiter, wenn sie zielt. Was eigentlich ganz, ganz doof ist, weil ich hatte ja Resident Evil 6 und da ist das ein bisschen anders, da laufen die sogar, ja, ich weiß nicht, mit was für einer Steuerung, ah, mit F, okay. Also mit F kann ich die Türen aufmachen und, ja. Ja, toll. Ah, nein, 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 nein. Aua, lass mich doch mal, ähm, da ist er. Also ich muss wirklich mit dieser verdammten Steuerung irgendwie zurechtkommen. Auf jeden Fall, uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Wirklich Wirklich Ja Eigentlich Das war auch der Grund, warum ich Ausgerechnet Auf leicht spielen wollte Weil ich halt Schon geahnt habe, dass ich Wirklich mit dieser Steuerung Gehe ich jetzt da hoch Wo ist die Karte Okay Okay, C ist das Inventar Ich muss gerade gucken Jedes Knopf hier drücken Um zu wissen Wo, was Okay Ah Ah, okay, auf Okay Ich glaube Da bin ich Da war ich Ja Wie schließe ich jetzt Ja Ah, auf Es geht also ich glaube Ich müsste mir mal Ich muss einmal unter die Option Einmal gehen Weil Ich will mir doch lieber mal die Steuerung nochmal angucken Vorwärts Vorwärts Rückwärts Links Rechts E E ist Solo und Team Figurenwechsel Laden Ich glaube Ich glaube Ich nehme doch lieber die überarbeitete Weil Weil Das doch für mich gerade ein bisschen Einfacher ist Gibt es noch eine andere Und die mal Überarbeitete Also Hm 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 Ja Hm Ah Ja, ich bin eigentlich es gewohnt, dass halt das so ist, dass ich normalerweise, die Maus, die stört mich, weil die kriege ich auch nicht irgendwie weg, dass die so gesehen mein Zielrohr ist. So wie in den anderen Spielen, da habe ich die Maus halt nicht und leider kann ich sie mir auch nicht einstellen. Daher muss ich jetzt wirklich gut überlegen oder mir gut merken, ähm, ja, mit der Steuerung. Oh, das ist halt. Oh, ja. Also ich habe Munition. Och, ich habe einen Heilspreis. Wie genial. Okay, wir haben ein Passagiertagebuch. 14. Juli. Heute kamen neue Befehle vom Boss. Hier soll ich anscheinend die Überreste des Labors in den Arclay Mountains untersuchen. Es gibt zwei Gruppen. Die erste Gruppe soll prüfen, was noch von dem abgebrochenen Experiment übrig ist. 16. Juli. Die Testproduktion der bioorganischen Waffe Typ Y139 musste leider wegen dieser Untersuchung eingestellt werden. Das gleiche gilt für Typ Y139. Wir wissen immer noch nicht genug über Reaktionen auf das T-Virus in Krebsen. Es gilt noch viele interessante Aspekte zu erforschen. Je nach Spezies und Zuchtbedingungen sorgen schon kleinste Dosen des T-Virus für erstaunliche Änderungen in Bezug auf Struktur, Größe, Vermehrung, interne Gifte und Hirnentwicklungen. Entschuldigung. Würden diese Auswirkungen gesteuert, wäre es möglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Doch die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in einer entsprechenden Zerbrechlichkeit. Bestimmte Bereiche wären äußerst schwach. Leider gehört auch die Kopfschale zu diesen Bereichen. Betrieb des Labors, das wir untersuchen, ähnliche Forschungen. Betrieb des Labors, das wir untersuchen, ähnliche Forschungen. Es wäre großartig, wenn wir nützliche Daten und Muster für unsere Arbeit fänden. 19. Juli. Der Tag scheint gekommen. Ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender in Recon City berichten über bizarre Morde in den Vororten der Stadt. Könnte es das Virus sein? Wenn ja, dann... Nein, ich darf nicht daran denken. Ich muss mich auf den reibungslosen Ablauf dieser Untersuchung konzentrieren. Okay, mach du mal. Ja, ich würde aber gerne... Ja, das ist mit dem Regen. Aber kannst du bitte mal... Irgendwie weiß ich gerade nicht, warum der Regenpeitsch gegen das Fenster. Ja, wie lange das wohl noch so weitergeht. Ja, ich will das... Ich will doch nur das hier. Wieso? Nein, nicht zielen. Wieso nimmt die das denn nicht? Ah, jetzt. Okay. Ich werde das direkt mal verwenden. Ähm, verwenden, genau. Ähm, ja. Ist hier noch irgendetwas? Natürlich will ich gucken, dass ich nichts vergesse. Weil, wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Und ich spiele das jetzt zum ersten Mal. Und ich weiß, es ist jetzt schon... Das Spiel ist schon etwas länger draus. Und von daher... Ja. Oh, falsch. Wir haben ein Farbband. Perfekt. Also ich glaube, ich werde auch als erstes natürlich feichern. Ähm. Also übers Pizzi ist das doch noch ein bisschen... Oh. Confused. Würde ich jetzt mal sagen. Weil diese Steuerung ist nicht so wie, ähm... In Resident Evil 6 leider. Untersuchungsbefehl. Das Dokument ist voller Blutflecken und daher teilweise unlesbar. Mhm. Achtmal nördlich von Raccoon City. In den Aklai Mountains befindet sich die Ausbildungsstätte unseres Unternehmens. Sie wurde vor Jahren geschlossen. Nun führen wir eine vorläufige Untersuchung bezüglich der Neueröffnung der Anlage durch. Die erste Untersuchungseinheit ist bereits vor Ort und hat die Untersuchung eröffnet. Ich möchte, dass ihr Team dabei Unterstützung leistet. Folgende Befehle zu... William Birkin und der erste Untersuchungseinheit sind zu befolgen. Der Rest ist zerrissen und unlesbar. Okay. Ja. Ähm... Ich glaube, jeder, der... Ich weiß nicht. Kann man... Blutflecken kann man ja normalerweise auch wegbekommen, oder? Eine... Das ist eine Schreibmaschine. Daten aufzeichnen. Ja, bitte. Bitte... Inhalt wird geladen. Bitte schalten Sie... Ähm... Ihr PC nicht ab. Ja, ja. Ich weiß. Oder nicht aus. So gesehen. Okay. Wir sind... Wir haben fünf Farbänder. Und... Oh... Ähm... Nein. Kombinieren... 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 Bitte... So... Meine Güte! Das ist echt katastrophal gerade. Ich meine, ich glaube, auf der Playstation ist das, glaube ich, viel angenehmer, oder auf irgendeine Konsole ist das, glaube ich, viel angenehmer, als gerade auf dem PC. Und, ganz ehrlich, auch wenn das ein Remake ist, wir hätten das wenigstens für den PC anders machen können. Irgendwie... Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier gleich... Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Auf der Tür steht Zugführerbüro. Okay. Oh... 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 Bitte, steh nicht auf! Bitte! Ich will nur... Ich will doch nur das aufheben! Mach doch jetzt mal! Ah, die Leiche dieses Zugmitarbeiters wurde brutal zerrissen. Er hält etwas fest. Oh... Ja, ein Zug... Schlüssel. Oh... Ja, ein Zug... Schlüssel. Billy... Lieutenant... Cohen... So... Oh... You're the prisoner that was being transferred for execution. You're with those soldiers outside. Oh, I see. You're with stars. Well, no offense honey, but your kind doesn't seem to want me around. Um... I'm afraid our little chat time is over. Wait, you're under arrest. No, thanks doll face. I've already worn handcuffs. I've already worn handcuffs. Ja, klar. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Verdammt. Ähm. Ah, schieß doch. Okay. Oh, mein Herz. Äh, wie la... Ähm, glaub nicht. Nein. Ah, okay. Jetzt hab ich nachgeladen. Ah. Musste ausgerechnet dieser verdammte Köter auch hier aus dem Fenster springen? Ich werd nicht mehr. Achso. Oh. Ja. Okay. Also den Schlüssel kann ich dafür, glaub ich, noch nicht verwenden, oder? Oder Moment. Warte mal. Weil wenn ich schon mal hier bin, will ich ja auch da rein und... Ich werde... Natürlich... Das brauchen sie nicht. Okay. Okay. Schade eigentlich. Ähm. Ja. Ich glaub, ich geh noch mal speichern. Ich glaub, das ist gerade das Beste. Weil ich weiß nicht, was noch auf mich zukommt. Und lieber speicher ich... ...als dass ich... Ich mein, ich hab ja genug Farbbänder. Und von daher... Naja. Und ich muss einmal gucken, wie lange ich schon aufnehme, weil... Ich will nicht... ...dass... ...dass, ähm... ...dass zu lange wird. Und daher, ja... Wie gesagt, dass... Ich spiel das jetzt zum ersten Mal, ähm... ...über PC. Ich bin gerade nicht wirklich begeistert, wenn ich ehrlich bin, weil die hätten das wenigstens anders mit der Maus regeln können, dass die Automa... ...dass die Maus so wie ein Fahnenkreuz dann ist. Ach, ja. Der Regen... Ja. Der Regen. Genau. Der Regen. Der böse, böse Regen. Ach ja, stimmt ja. Ich wollte eigentlich mal nachgucken, wegen... Ähm... Oh. Nein, lass mich! Hör doch mal auf, mich hier zu beißen, Mann! Bist du tot? Ja, tot. Geht noch jemand auf? Ähm... Ah, diese Maus! Aber erstmal kann ich hier irgendwie Pause machen. Natürlich nicht. Ich muss einmal gucken, wie lange ich hier aufnehme. Und das sind schon... Ah, 29 Minuten. Ähm... Ja, wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal... Ach, kommt. Wisst ihr was? Wir machen. Obwohl... Was ist da oben? Ich will einmal nach oben gucken, was da oben ist. Ah, ein Kraut. Ähm... Ja, der Kabel wurde durchgeschnitten, aber ich wollte eigentlich die Pflanze. Ja! Und natürlich werden wir... das... kombinieren mit dem hier. So, dann haben wir wenigstens ein Platz. Drei. Ähm... Ähm... Uh... Äh... Ich glaube, ich gehe nochmal wieder runter. Ich will... Ähm... Ich weiß nicht, ob ich jetzt speichern soll und dann weitermachen soll beim nächsten Mal oder ob ich jetzt hier einfach mal etwas länger durchspiele. Ich überlege in der Zeit, mache ich einfach mal weiter. Weil... hier sieht so putzig aus mit dem... äh... mit dem, ähm... Cheerleader-Outfit. Hallo? Hallo? Kannst du mir読nen? Bitte antworten Sie. Bitte antworten Sie. Rebecca, ich kann Sie hören. Jetzt hör mal. Wir haben die Detail-Information von einem Fugina von einem Dokument gefunden in der Wreck-Wagen. Billy Cohen hat so viele wie 23 Menschen verletzt. Hmm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Kann ich einen Koffer abschießen? Nee, nicht wirklich. Kannst du mal bitte gehen? Ach, meine Bitte. Oh! Uiuiuiui. Musst du dir ausgerechnet jetzt aufstehen? Ah, verdammt. Sie haben den Zugschlüssel verwendet. Dieser Schlüssel brauchen Sie nicht mehr. Wegwerfen, ja, bitte. Ich habe da braucht Platz. Okay. Uiuiuiui. Also, es ist wirklich schon, oh, extrem. Ach, der schon wieder. Da. Oh. Kooperate mit YOU? Well then, Rebecca, why don't you go and try, while I wait here? Hmm, gibt's hier vielleicht eine Schreibmaschine? Sieht aus wie eine automatische Tür. Die lässt sich nicht öffnen, weil es keinen Strom gibt. Ja, schön. Ich würde... Ach, der steht mir echt im Weg. Ich komme da... Hallo? Jetzt bleib doch mal von ihm weg, Mann! Halt, stopp! Runter wieder! Oh, da war ein Zettel. Da war ein... Okay, weißt du was? Geh runter nochmal. Danke. Ich brauche dringend einen Speicherplatz. Eine Schreibmaschine, Entschuldigung. Ich würde gerne speichern. Hinweis für Vorgesetzte. Ruh! Vor dem Abschalten der automatischen Türen ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter den Speisewagen verlassen haben. Der Hauptschalter für automatische Türen ist auf dem Dach des fünften Waggons. Inspektionen finden statt, wenn der Zug geparkt ist. Nach Abschluss der Inspektion ist die Leiter an der Rückseite der zweiten Etage des Speisewagens zu benutzen. Umbrella-Kooperation, Wartungsabteilung. Okay. Ja. Ähm. Ganz ehrlich, ich geh jetzt speichern. Wenn ich da... Ich komm echt nicht da... Oh! Der versperrt mir echt den Weg. Oh je, 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 je. Ich weiß nicht, was noch auf mich wartet. Und daher bin ich gerade ein bisschen, ja, 51 schon. Ich weiß nicht, ob es auch, ähm... Das ist auch abgeschlossen. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Oh nein. Also mal in der Videofrequenz ist sie wirklich in... Ähm... In ihrem Outfit, in ihrem Cheerleader-Outfit. Aber... Dann kommen wieder solche, wo... Ähm... Ja. Wo sie ihre eigentliche... Outfit. Oh. Oh, kopflos! Und so viele... Maden? Würmer? Ach, keine Ahnung. Viren? Die sehen aus wie Viren. Okay. Oh. Oh, oh. Nein. Okay. Boah. Also würde ich eine Facecam würde man sehen, wie ich gerade zusammenzucke Ja, weil ich halt wie gesagt, ich kenne dieses Spielen halt nicht Ist das eine Frau? Ne, das ist ein Mann Wieso hat er da eine Frau ins Zimmer? Ja, schon wieder Oh oh Ich habe doch schon genug Munition Ja Ich frage mich mal Diese den Walkie Talkie Spielhandbuch 2 Figurenwechsel Sie können zwischen der Steuerung der beiden Hauptfiguren Rebecca und Billy umschalten Nutzen Sie deren unterschiedliche Fähigkeiten um im Spiel voranzukommen Die derzeit gesteuerte Figur wird als Hauptfigur bezeichnet Die andere ist die Partnerfigur Okay, ja Ja Alles klar Ja Ja Okay Ja Okay Kann keine Kräuter mischen Kampfstark Kann Objekte schieben Okay Kann Kräuter mischen Schwache Verteidigung Kann mit Hilfe eines Mischset Chemikalien herstellen Oh Ähm Ähm Okay Ich muss wirklich Komme ich Komme ich jetzt hier rein Ist von der anderen Seite verschlossen Okay Ähm Moment Ich weiß Ich weiß zwar nicht Aber Da ist eine Leiter Die scheint aufs Dach zu führen Aufs Dach zu führen Leiter hochklettern Ähm Nein Nein Erstmal nicht Oder Kletter ich auf die Leiter hoch Ich weiß nicht Ähm Ich hab keine Ahnung Was ich machen soll Aber Ich werde zurückgehen Speichern Und ab hier Dann Beenden Ja Ähm Huch nein Andersrum Ach du Scheidekleister Ähm Hallo Gehst du mal Ähm Nein Geh doch mal Ähh Ja Ja Wieso stellen die wieder auf? Ich weiß nur Ich weiß nur nicht Wohin ich hingehen soll Ich weiß auch nicht Ob das markiert wird Keine Ahnung Keine Ahnung Aber Für mich heißt das eh Hallo Herr Becker Ey Ich will speichern Ja 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 Ich möchte gerne Oh Leute Ganz ehrlich Ich hab Echt Ein Ganz ganz mieses Gefühl Nachher Oder später Je nachdem Aber ich speicher Und Beende Natürlich Und Ja Ähm Wir werden uns Dann Obwohl Der hat ja auch eine andere Tasche Oder Billy Ähm Schalten Austausch Möglich Äh Ja Wir werden Und Fundament Fundament Karte Und Da War ich noch nicht drin Und Da auch nicht Da geh ich gleich mal rein Ok 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 Ähm Ja Ähm Auf jeden Fall werde ich jetzt beenden Und Ja Ich hoffe Es gefällt euch Und Lasst doch bitte einen Daumen nach oben Abonniert meinen Kanal Wie gesagt Ähm Ich spiel Weil ich hab Ich bin die Resident Evil Halt auch sehr Schön Und Auch Möchte ich das auch gerne in meinen Kanal mit einbringen Ja Und Durch die Corona Krise Hoffe ich dass ihr gesund bleibt Aber das was ich im Moment lese Wie viele Votag Infiziert sind Ist das doch irgendwo erschreckend Und Tut mir doch mal bitte auch eingefallen Hört auf wirklich mit den Hamsterkäufen Weil es bringt nichts Weil es sind auch noch andere Menschen Gerade Mütter mit Kleinkindern Die auch Sachen Ähm Einkaufen müssen Und auch die älteren Damen Bitte Hab da ein bisschen Rücksicht Und Ähm Kauf dich Übermäßig ein Man kann wirklich Ein Großeinkauf machen Was wirklich Monatlich reicht Aber Es ist wirklich übertrieben Und ich mein Klar hat irgendwo jeder Angst Was die Corona Wegen dem Corona Virus ähm Betrifft Aber Bitte Leute Denkt auch an die anderen Menschen Die Selber auch einkaufen müssen Und Klar Oder Hamstert wirklich nicht so extrem Weil ich lese das mittlerweile wirklich so So Viel Was im Das ist sogar Nur wegen Klopapier Ja Nur wegen Klopapier Wird sich gekloppt Da ist regelrecht ein Krieg schon ausgebrochen Auch was die Lebensmittel betrifft Die Pflegeprodukte für Kinder Für Babys Ja Ja Also ganz ehrlich Leute Denkt bitte an eure Mitmenschen Weil Es ist nicht wirklich Schön Oder versetzt euch mal in deren Lage Die wir das auch brauchen Und das dann nirgends so mehr bekommen Also Da bitte ich euch wirklich Diese Menschlichkeit Dass die da wenigstens vorhanden ist Und nicht dass ihr Ähm Ja Wegen so ne Krise Oder wegen der Seuche dann So stark Hamsterkäufe macht Weil Das ist übertrieben Also ich finde das ist übertrieben Ich gehe auch Klar gehe ich auch einkaufen Aber Ich kaufe wirklich Das ein Was ich Im Haushalt alles brauche Und nicht Äh Was ich nicht brauche Also wirklich Ähm Denkt auch wirklich mal an Die anderen Mitmenschen Die Das auch brauchen Wie Kranke Menschen Oder Die Menschen Die eine Binderung haben Ältere Menschen Mütter mit Kindern Dass da wirklich Da wieder Dass alle was davon haben Und nicht So gier Dass es ihr so gierig seid Und einfach alles für euch beansprucht Das ist nicht das Was wirklich Sählt Also Aber Genug geredet Ich wünsche euch wirklich noch einen Schönen Schönen Mittwochmorgen Oder Wenn das jemand Abends sieht Dann einen Schönen Mittwochabend Ich freue mich Dass ihr es eingeschaltet habt Und wir sehen uns beim nächsten Mal Auf Wiedersehen Und viel Spaß Tschüss Bis zum nächsten Mal